Oje, Freunde, es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Shoutout an alle Leute, die heute immer noch zur Schule oder arbeiten gehen müssen. Ich glaube, manche von euch haben ja schon Ferien. Auf jeden Fall, ja, euch allen einen guten Morgen. Wie jeden Tag schauen wir uns auch heute wieder gemeinsam den neuen Fondage Shop an. Lasst also gerne ein Abo da, falls ihr neuer hier seid. Wir klicken direkt mal drauf. Und zwar habe ich gesehen, gibt es heute was ziemlich Nices drin. Und zwar den Raubzug-Skin. Der hat nämlich erst vor ein paar Tagen einen neuen Style bekommen. Und zwar diesen hier. Da sieht der ein bisschen anders aus. Das ist quasi die Sommer-Variante. Deswegen hat er auch kurze Hosen an hier. Ah ne, hat er auch kurze Hosen. Okay, ja. Der Unterschied ist also jetzt nicht so gigantisch. Aber das ist so ein bisschen so das Sommer-Thema, ja. Der Skin war auf jeden Fall jetzt auch schon fast ein Jahr nicht mehr drin. Zuletzt im August letztes Jahr. Also fast ein Jahr lang konnte man den nicht kaufen. Und heute kann man sich den holen. Den Skin gibt es, äh, den Skin, den Style gibt es dann natürlich auch kostenlos dazu. Falls man sich den Skin holt oder falls man den Skin schon hatte. Der Style wurde einfach kostenlos geedit. Da muss man also jetzt nicht nochmal mehr Geld ausgeben. Und den Backpack bekommt man natürlich auch noch dazu. Genau. Als nächstes haben wir dann, warte, ist das die Kaugummi, genau. Die Kaugummi-Bomberin mit diesem komischen Backpack. Ja, Skin habe ich nicht gefeiert. Habe ich mir auch nicht gekauft. Warte, wir können mal ganz kurz hier noch den Artikel-Style zeigen. Genau, da ist auch noch die Maske so absetzbar. Dann haben wir noch dazu die Kaugummi-Knüppelhacke. Ja, die finde ich ganz lustig, weil sie so mal so einen Special-Effekt mit dieser Kaugummi-Blase hat. Die sich aufbläst und wenn man dann genug geschlagen hat, dann platzt die. Ja, ist ganz lustig gemacht. Und dann noch die Lackierung, aber keine Ahnung, wieso ich mir die geholt habe. Die finde ich eigentlich nicht so besonders geil. Habe ich jetzt auch eigentlich nie gespielt. Dann haben wir mal wieder den Bronto-Skin, den lilanen Dino-Skin mit diesem Backpack. Dazu dann auch den Kristall-Skin für 800 V-Bucks. Die Hacke, kräftiger Biss. Und bestimmt auch der Apterodactylus, genau. Der passende Gleiter für 1, 2. Ja, ich mag das Dino-Set, kann ich also empfehlen. Kommen wir dann schon zum rechten Teil des heutigen Shops. Wie immer, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, ob wir heute wieder die 4441-Daumen nach oben knacken. Falls wir die noch nicht haben, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wie immer könnt ihr auch gerne meinen Credit Codes Noxy eintragen. Wenn ihr hier wollt, dass ich öfter mal die neuen Skins verschenke oder halt auch Preisgelder raushau, dann nutzt gerne den Credit Codes Noxy, weil davon bezahle ich das Ganze, um halt meiner Community was zurückzugeben. Also, ja, tragt gerne Credit Codes Noxy dort ein. Dann haben wir hier als nächstes den Kastro-Skin für 1, 5 mit diesem Backpack dazu. Den Skin gibt es jetzt auch in einer Lava und Achtung, in einer Eis-Variante. Schaut halt deutlich cooler aus, also kann ich auch empfehlen. Dann ist endlich, oh mein Gott, Leute, der Sternstab ist wieder dreht. Okay, das ist wirklich nice, weil diese Hacke ist einfach unglaublich beliebt. So viele Leute fragen mich gefühlt jeden Tag danach, wann diese Hacke endlich mal wieder in den Shop kommt. Und heute ist sie endlich wieder kaufbar für 800 V-Works. Mit diesem, ja, Leuchteffekt hier dazu. Sehr, sehr geile Hacke. Und an all diejenigen, die mich jetzt die letzten Tage und Wochen immer gefragt haben. Heute könnt ihr es hier euch wieder kaufen. Die Sternstab-Sacke auch. Ich würde sagen, einer der Top-5-Hacken in Fortnite. Also, falls ihr noch nicht habt, heute ist es wieder möglich. Dann der Naruto-Run. Fortbewegung ist die Mose. Sehr nice, würde ich auch empfehlen. Virch-Skin immer noch einer der Top-Skins für 800 V-Works. Kann ich auch sehr empfehlen. Die Inselstimmung. Mit der kleinen Lamo-Kolele. Die Jubelstimmung für 200 V-Works. Auch ein guter Emote. Heute echt gute Sachen drin. Also, heute, Leute, Shop ist echt top, würde ich sagen. Hier auf der rechten Seite haben wir immer noch von gestern, habt ihr ja gesehen, Sommerdrift und Finsterherz. Beides auch noch unter Sonnenangebote kaufbar. Jo, das ist der Shop, der Shop von heute. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den fandet. Falls ihr den Shop morgen nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo hier auf dem Kanal da, dass ihr mal eine Benachrichtigung bekommt, hier, was morgens so im Shop drin ist. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich jetzt auch wieder live auf Twitch. Ab circa 9 Uhr, 9.30 Uhr bin ich wieder am Streamen. Mein Link zu meinem Streamen ist unten noch in den Kommentaren und in der Videobeschreibung dann. Und falls ihr selber nachher im Fortnite-Shop seid, wie gesagt, könnt ihr gerne den KreaticWords.Dogs-Team eintragen. Alle 14 Tage muss man das nämlich erneuern. Und dann freue ich mich jetzt gleich auf euch auf Twitch. Ich bin, wie gesagt, jetzt live, kommt gerne vorbei und bis gleich.